Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Walking Dead. Wir sind hier immer noch am Hafen, da wir ja hier ein Boot suchen sollten. Und ja, hier der liebe, nette Kenny will unbedingt, dass wir dieses Boot, was dort ist, reparieren. Und ja, ich soll mich jetzt hier mal umschauen. Mal gucken. Vor allem auch geil. Überhaupt nicht. Keep out! Ja, das, wir gehen da mal, würde ich sagen. Nein. Da haben wir ein Fernglas, da hinten sind immer noch die netten Leichenwalker, die dort aufgespießt sind. Ich überlege jetzt, die Frage ist jetzt, warum sind sie dort aufgespießt? Und... Hm, yum, yum. Wie sie da alle noch so wackeln. Ja, die Frage ist eher so, für wen ist die Warnung? Ist das so, für die Walker oder für uns? Weil... Okay, ich schieße ihn einfach mal in den Arsch. Äh, nein, mach ich nicht. Ja, Vogelscheid, hier ist doch mal was anderes. Also... Pah! Der Annie hier ist so aufgespießt. Ah, er ist durch den Hintern und, äh, er durch den Bauch und, äh... Aber ich denke mir, kann hier eigentlich nichts passieren, oder? Eigentlich... Sie sind ja ganz sicher... Ach, komm, Hintern... Nein. Oder? Nein. Nein, wir schießen nicht rein. Schauen wir uns mal weiter um. Markierung. Ähm. Okay, diese Sonnenmarkierung hatten wir, glaube ich, äh, zwei Folgen davor schon mal gesehen. Ich frage mich echt, was es da auf sich hat, und... Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Gut, gucken wir mal weiter, weil, wie gesagt, Kenny hat ja gesagt, wir sollen uns umschauen. Machen wir natürlich auch. Was er sagt, äh, der Herr sagt hier, ist Befehl. Da ist nochmal Geltung, dort, und das war... Das war D-O-F. Und das hier ist A-A-J. Okay. Ich frage mich echt, was das hier zu bedeuten hat, also... Ich werde nicht schlau aus. Kasse, juhu! Money, 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 has been funny in the Witchman Mall. Ähm, nein. Ja, klar, Geld bringt uns jetzt nicht weiter, aber... Wer weiß, wofür man es mal wieder hier brauchen kann. Zum Beispiel, um eine Schraube aufzudrehen. Ne? Okay, Bretter. Alles hier ordentlich zugehämmert. Außer das eine Fenster, würde ich sagen. Das sieht jetzt nicht unbedingt so zugebaut aus, aber... Gut, ich kann... Na, nicht, dass da hier noch irgendwer rausguckt. Da ist nix. Was haben wir hier? Nen Twack? Ja, sieht wohl so aus. Leider. Zeitungsautomat. Ja, nehmen wir uns mal eine Zeitung raus. Wann war die letzte? Und? Na. Okay, war klar. Natürlich nicht. Hier haben wir noch... Oh, hier haben wir noch ein Auto. Sieht etwas... ...verloren aus. Ah, da wäre Benzin für sein Auto gebraucht haben oder so. Straßenbahn. Ja, hm. Irgendwie ist hier echt nicht mehr viel zu sehen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir zum Fernglas und schauen dort einfach mal durch. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Schwarz. Genau, so muss es sein. Ähm... Ja, ich sag doch. Also, die Kasse. Ich hab's doch gesagt. Wir brauchen es. Statt gleich ranzugehen und das Geld rauszunehmen. Auch wenn's halt nix mehr wert ist. Aber genau für sowas zum Beispiel. Ne? Aber mach mal jetzt auf. Wie soll's doch anders sein? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn's so einfach wäre. Hm. Vielleicht hat der Kenny was. Fragen wir ihn mal. Kenny, hast du Geld? Ich brauch Geld. Ja, genau. Auf der Straße. Du Deppme. Hm. Ja, das kennen wir schon. Da wird wohl kein Geld drinne sein. Aber genau wie wär's hier mit dem Zeitungsdingstar-Boomstar. Das ist eigentlich... Ja. Aufbrechen, würde ich sagen. Ich dachte, irgendwie kann man das anders lösen, aber... Ja, okay. Gegenhauen ist auch ne Variante. Warum nicht? Hat der funktioniert? Dann schauen wir doch mal durch, was Schönes zu sehen gibt. Was denn jetzt? Warum sollte es auch mal einfach laufen? Mal ganz ehrlich. Was denn? Was denn? Was denn? Auch schon gesehen. Okay, ein Gebäude. Dort haben wir ne Boot. Fluss aufwärts. Auch sehr interessant. Gucken wir mal weiter, bevor wir alles anklicken und... Oh. Nein. 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 Das wollte ich nicht. Toll. Nur weil ich mal wieder so neugierig bin. Get down. Get down. Aber... Ist das nicht die Person, die die Glocke geläutet hat? Ähm... Nee, nicht wirklich. Nichts? Wie? Ich sag nein? Kein Ärger? Und? Er bestimmt jetzt so was. Und vor allem zieht er gleich die Waffe, wenn Walker ankommt, dann ist er wieder so kleinlaut. Ich könnte mich... Ja, irgendwie, ihr merkt schon, Kenny ist seit einigen Folgen echt so ruhig. Wenn ich eigentlich nur noch so ab und zu reinschlagen könnte oder immer... Na... Äh... Wie soll's auch anders sein? Klar. Scheiße, nein! Oh nein! Ich will nicht schon wieder einen Serientod haben. Nein! Fuck! Keiner hilft mir, oder was? Wow! Clementine! Was macht sie denn hier? Wow, sie hat mir gerade das Leben gerettet. Oh nein, der Idiot! Nein, nicht! Bitte nicht! Äh, Kenny nicht! Und... Danke! Ach komm, schlag drauf! Eigentlich hat das verdient, der Idiot! Sorry! Ähm, tja! Ich komme aus Macon! Ich komme aus Macon! Ich komme aus Macon! Kenne hier ist aus Florida! Ach ach, ich habe die Fresse! Ach, ich habe die Fresse! Ach... Ach... So how did you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Wie? Nicht mehr? He? Warum keine Kinder? Ich dachte, das waren Walker, die aufgespießt wurden. Wie jetzt? Ich dachte, das waren Walker, die aufgespießt wurden. Wow, wie krank ist das denn? Was, das ist heavy. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Fuck ey. Ich weiß, wer die bellen, die ganze Zeit hat? Ja, das wäre ich. Ich wusste! Lee, ich wusste, dass sie die, die uns folgen hat! Wir sind mit uns! Ich weiß, das Finger aus meiner Gesichter, Grandpa, bevor ich sie direkt auf deine Arsch. Ich habe noch nicht folgen, ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ich weiß nicht, Kenny, die voice auf der Radio war ein Typ, weißt du? Ja, also, wer auch du bist. Die bellen, die bellen heute Morgen knappe hat uns alle getötet. Wir haben die Todes um uns herum. Das ist die Idee, Genie. Das ist wie ich um mich herum. Ich bellen eine bellen in einer Nähe, um die lokale Geek zu holen. Wir versuchen ein Brot zu bekommen eigentlich. Ich weiß nicht, aber... Es war so klar, es war... Wie soll es so anders gewesen sein? Schön! Schrank auch! Danke! Fuck ey! Tja! Weil du Idiot nicht erhört hast! Und sie hat ab! Ja, klar! Gibt's irgendwo... Ian? Komm, Clementine zuliebe, bitte! Wenn uns nicht, dann... Danke ey! Es bewegt deinen Arsch hoch! So, und ich hab wieder die Arschkarte oder was? Fuck! Los, 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 los! Nimm meine Hand! Und zieh! Du Idiot! Scheiße! Schnell weg! Los, los! Oh man! Ich seh... Ich seh mich schon wieder sterben! Ganz ehrlich! Nein! Nicht... Wow! Fuck! Fuck! Komm, los! Den Deckel, den musst du hochgehen! Scheiße! Los, schnell das Ding nehmen und dann... Dann den Deckel hoch und dann bloß noch da rein ey! Los, 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 los! Wow! Fuck ey! Rein! Boah! Unten am Fluss! Oh, wir haben's geschafft! Aber... Hey, sie klettern nicht runter! Cool! Woah! Sie klettern nicht runter! Sie fallen runter! Fuck! Aber, ich glaube, hören ist Matsch... Ist tot, ist... Clementine! Can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there! Shit! Okay... Gut! Ich darf jetzt hier... Ja, hoch bringt ja nichts! Und... Da geht's auch nicht lang! Ja, okay! Gut, aber ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter fortbewegen, mach ich hier Schluss! Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen! Und... Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet! Also... Bis dahin!